Ich heiße Evelin Neumester-Weiß, ich bin bei einer Mode-Boutique in Wien im Ersten seit 20 Jahren und ja, mache das als Leidenschaft. Ich mag gern Farben, weil ich finde, gerade im Herbst, wenn es grau und Ton in Ton wird, finde ich immer, dass Farben und den Mut zu Farben den anderen gezeigt werden sollte, dass sich die Leute mehr trauen und dass sie irgendwie das Gefühl haben, es ist nicht alles trist im Leben. Die meisten Sachen, die ich trage, sind von französischen Marken, von Zadig und Iroh oder eben der Mantel von MS Game, das ist eine italienische Marke. Meine Schuhe heute liebe ich, weil die sind irgendwie das besondere Accessoire, das man tragen kann, wenn man sich puristisch und klassisch kleidet und trotzdem irgendwie dieses ein bisschen mehr ausmacht. Taschen und Schuhe sind für mich so dieses, um etwas Schlichtes anders zu machen, um etwas, was man schon lange im Kasten hat, neu aufzuputzen und dazu gehört diese Leo-Tasche mit Farben und eben mein Schal. Mode bestimmt irgendwie von klein auf mein Leben und ich finde, über Mode kann man viel bewegen. Ich liebe es, als Menschen etwas Besonderes rauszuholen, weil ich glaube, dass man über die Mode Menschen auch darstellt, weil der erste Eindruck eines Menschen ist, wie er sein auftritt und wie er sich eigentlich kleidet. Und damit kann man viel im Leben entscheiden, bewegen und verändern. Ich würde den anderen mitgeben als Tipp, dass sie nicht andere dafür bewundern, den Mut zu haben, es zu tragen, sondern es hin und wieder selbst zu versuchen, weil man erntet schöne Blicke. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal.